Hallo. Na, machst du dich schön? Ja. Was hast du denn da an? Zeig mal. Ja, ich hab noch das Alte. Sorte hingemalt, wo es Sorte nicht gibt. Das ist vollkommen witzig. So, wir drehen jetzt gleich ein ganz, ganz, ganz großes Auspackvideo. Und zwar haben wir hier von der Convention, wo wir gestern waren, die Comic Con, haben wir hier ein Banana Crumble Popo. Hallo. Hallo, Tiramisu. Möchtest du gleich was zu essen haben? Ja. Und Oregano? Auch. Möchtest du was zu essen haben? Oder bist du einfach nur sichtlich verwirrt? Ja, Oma möchte auf jeden Fall gleich was zu essen haben. Das ist aber kein Problem. Hallo, Oma. Guck mal in die Kamera. Guck mal da. Schnell weg. Ja, Oregano tingelt schon mal weg. Wir haben alles vorbereitet. Das wird mega cool. Ha! Licht! Einwandfrei. So. Ähm, ne? Mal schön was zu essen. Weil Gemüse hatten die heute ja noch nicht. Deshalb kloppen sich da wahrscheinlich gleich übelst drum. Guck mal hier, Oma. Willst du was haben? Hier. Hier hin gucken. Da. Guten Hunger. Nom 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 nom. Ich weiß, dass du gut ziehen kannst. Aber du kannst ruhig einfach abbeißen. Das würde vollkommen ausreichend. Hier. Komm. Gönn dir. Gut. So. Wo ist ein Oregano? Wenn man Oregano schon einmal sucht. Wo ist ein Oregano? Da ist Oregano. Piu. Schnell weg. Genau. Hallo Praline. So. Alles schön vorbereitet. Wunderschön. Ähm, ganz viel. Wie gesagt, das haben wir alles auf der Messe bekommen. Ist der Wahnsinn. Die Leute wollen nur Versandkosten sparen. Was wir auch vollkommen einverstehen können. Und hier. Das haben wir alles von Packstation. Und du bist einmal für Stück. Ha! Ja, wir haben die kleinen anderen Männchen immer noch. Aber jetzt sind sie ohne Eier. Aber wir haben für alle Abnehmer. Das dauert nur, weil die Leute, die diese abnehmen, haben immer nur am Wochenende Zeit. Wir sind aber am Wochenende auf Convention. Das ist gerade das ganze Blöde daran. Hallo. Geht es euch denn gut? Kümmel ist auch riesengroß geworden. Guckt es euch mal an. Das ist ja Speedy hier. Hallo. Und das ist Kümmel. Und Kümmel ist ganz groß. Da sind wir mega stolz drauf. Möchtest du mal raus? Einmal. Siehst aus wie ein geplatztes Sofakissen. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Guck mal hier. So siehst du gut aus. Und jetzt siehst du aus wie ein Löwe. Ja. Willst du mal ein bisschen draußen rumlaufen? Dann darfst du das jetzt tun. Ich muss nämlich jetzt die ganzen anderen Müffelstücke eh einmal holen. Guckt mal. Mega cool. Porzellan hat jetzt endlich ein Krönchen. Wie es von der Zeichnung von Schosen ist. Zeichnerin von den Meerschweinchen. Schosen. Jetzt mit Krönchen. Super gut. Du bekommst keine Zeichnung. Tut mir leid. Aber dir geht es auch gut. Guck mal auf. Jetzt hast du dir alles dreckig gemacht. Oh super. Deshalb klopfe ich Meerschweinchen mal erst ab. So. Ich würde sagen wir packen jetzt aus. Und ich hole jetzt erstmal die ganzen Müffelstücke wieder raus. Hallo Oma. Möchtest du als erstes auf den Tisch? Dann komm her. Wow. Flugi. Zack. Sichtlich verwirrt. Komm Oma. Weil du so eine nette Dame bist. Hier. Darfst du vor allen anderen was essen. Ist das gut? Dann hast du hier noch eine Rübe. Hier hast du noch eine Gurke. Und hier hast du ein bisschen Fenchel. Bedien dich. Was wählt sie? Die Möhre? Sie nimmt ernsthaft die Möhre? Ich habe wirklich gedacht, sie nimmt jetzt den Fenchel. Das ist doch was ganz besonderes. Und du nimmst die Möhre. Ich bin enttäuscht. Omi. Ernsthaft. Da könnt ihr mal gucken. Banana Crumble würde die nicht mit dem Popo angucken. Du auch nicht, ne? Hab ich mir gedacht. Möchtest du das haben, Semmel? Willst du das haben? Ja, das hab ich mir gedacht. Deinen guten Hunger. Ihr kommt jetzt aber auch alle gleich raus. Ja Crumble, da kommst du angeschissen, ne? So niedlich bist du. Und dann drehen wir auch. Ja. Das war eigentlich nur so ein kleines Zwischendurch-Video. Dafür gibt es ja den Zweitkanal. So. Und was ihr auch noch gucken könnt, ist jetzt auf dem Hauptkanal, wie wir das Außengehege zu Ende bauen. Ja, das stimmt. Genau. Auf dem Hauptkanal, die Meris. So. Könnt ihr das wieder essen? Na gut, komm hier. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Und gleich im Outro. Könnt ihr gucken. Super gut. Heute rausgekommen. Das Ehege wird zu Ende gebaut. Und ihr könnt ihr im Außenposten auch gerne auf Instagram folgen. Ist auch alles unten in der Videobeschreibung. Und was machst du denn da hinten, Oregano? Hallo Mö. Wie ist es wieder? Beißt du mir gleich in die Finger? Au, au. Ey, du Sackfalte. Nicht in die Finger beißen, du Pappennase. Das hast du ja verdient. Weh, 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 weh. So. Pappennase. So. Wenn ihr das auch gut fandet, dass ihr mir in den Daumen gebissen habt, dann könnt ihr diesem Video jetzt gerne einen Daumen rauf geben. Weh, ihr gebt alle einen Daumen rauf. Dann bin ich sauer. Nein, Quatsch. So. Ja. Du hast mir in den Daumen gebissen. So. Ich hole euch jetzt alle raus auf den Tisch. Würde ich sagen, Semmel ist noch genüsslich. Du darfst auch gleich was essen. Ihr kriegt gleich ganz viel, versprochen. Hier, du Pappnase. Beißt du mir nochmal in den Daumen? Haben wir Stress, junge Dame? Komm hier. Müll. Und haut ab. Weh, 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 weh. Hier, Müll. Komm her. Oder nicht. Huf. Hier, haut rein. So, Oma. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns gleich auf dem Hauptkanal wieder, wenn ihr das nicht schon gesehen habt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, man hört und stört sich. Und Oma frisst jetzt noch ein bisschen. Würde ich sagen. Guck mal hier. Kannst du dir was fake fressen lassen. Guten Hunger. Hallo, Salt. Ja, ihr kommt jetzt alle raus. Tschüssi.